Zukunft der Arbeit Die Zukunft der Arbeit erfährt eine bedeutende Transformation, die von technologischen Fortschritten, gesellschaftlichen Veränderungen und der sich entwickelnden Natur der globalen Wirtschaft getrieben wird. Diese Veränderungen gestalten, wie Einzelpersonen mit Arbeit interagieren, wie Unternehmen agieren und welche Fähigkeiten in der Arbeitswelt gefragt sind. Das Verständnis der Zukunft der Arbeit ist für Einzelpersonen, Organisationen und Entscheidungsträger entscheidend, wenn sie diese Veränderungen navigieren. Ein wesentlicher Treiber des Wandels ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz, KI, und Automatisierung in verschiedene Branchen. Mit dem Fortschreiten der Automatisierungstechnologien werden routinemäßige und repetitive Aufgaben stärker automatisiert, was zu einer Veränderung der verfügbaren Arbeitsplätze führt. Obwohl dies einige traditionelle Rollen beseitigen kann, schafft es auch neue Chancen für Arbeitsplätze, die kritisches Denken, Kreativität und emotionale Intelligenz erfordern, Qualitäten, die Maschinen nicht leicht replizieren können. Die Idee der Telearbeit hat insbesondere im Zuge globaler Ereignisse wie der Covid-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Technologie ermöglicht einen flexibleren und dezentralisierten Ansatz zur Arbeit, der es Mitarbeitern ermöglicht, über geografische Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Diese Verschiebung zur Telearbeit hat Auswirkungen auf die Work-Life-Balance, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und das Design von Büroflächen. Die Gig-Economy, gekennzeichnet durch kurzfristige und freiberufliche Arbeitsvereinbarungen, wächst weiter. Plattformen, die Freelancer mit Arbeitgebern verbinden, sind immer verbreiteter und bieten Arbeitnehmern Flexibilität und eine vielfältige Auswahl an Projekten. Diese Entwicklung stellt herkömmliche Vorstellungen von Beschäftigung in Frage und erfordert neue Ansätze für Arbeitsrechte, Leistungen und soziale Sicherungssysteme. Die Weiterbildung und Umschulung werden unerlässlich, da die Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten steigt. Kontinuierliches Lernen und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend, damit Einzelpersonen auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Initiativen für lebenslanges Lernen und Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Belegschaft über die für die Arbeitsplätze der Zukunft erforderlichen Fähigkeiten verfügt. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion gewinnen in Diskussionen über die Zukunft der Arbeit an Bedeutung. Organisationen erkennen die Bedeutung der Förderung vielfältiger und inklusiver Arbeitsplätze an, nicht nur als moralische Verpflichtung, sondern auch als Treiber von Innovation und Produktivität. Die Sicherstellung gleicher Chancen für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, ist entscheidend, um eine gerechtere Zukunft der Arbeit zu gestalten. Der Aufstieg der Telearbeit und digitalen Kollaborationstools erfordert eine Neubewertung traditioneller Führungsstile. Führung in der Zukunft der Arbeit erfordert ein Fokussieren auf Ergebnisse, effektive Kommunikation und die Fähigkeit, ein Gemeinschaftsgefühl unter Teammitgliedern zu fördern, auch in virtuellen Umgebungen. Die Idee einer 4-Tage-Arbeitswoche und anderer alternativer Arbeitsmodelle gewinnt an Bedeutung. Einige Unternehmen experimentieren mit kürzeren Arbeitswochen und erkennen das Potenzial für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Produktivität und die allgemeine Jobzufriedenheit an. Diese Verschiebung stellt das herkömmliche 9-5-Arbeitsmodell in Frage und fordert eine Neubewertung der Struktur von Arbeit. Umweltschutz wird zu einem Faktor bei der Zukunft der Arbeit. Organisationen übernehmen zunehmend umweltfreundliche Praktiken, angefangen von der Reduzierung des Q2-Ausstoßes durch Pendeln bis hin zur Umsetzung nachhaltiger Bürogestaltungen. Dies spiegelt einen breiteren gesellschaftlichen Wandel wider, der Umweltverantwortung in verschiedene Lebensbereiche, einschließlich des Arbeitsplatzes, integriert. Ethik im Zusammenhang mit Key und Automatisierung prägt die Zukunft der Arbeit. Da Technologie eine immer größere Rolle spielt, müssen Fragen zu Datenschutz, algorithmischem Bias und dem ethischen Einsatz von Key angegangen werden. Die Balance zwischen technologischer Innovation und ethischen Überlegungen ist entscheidend für die Schaffung einer Arbeitsumgebung, die Fairness und Verantwortlichkeit priorisiert. Die Zukunft der Arbeit ist mit breiteren gesellschaftlichen Trends, technologischen Fortschritten und den sich entwickelnden Bedürfnissen von Einzelpersonen und Organisationen verwoben. Die Navigation dieser Veränderungen erfordert einen proaktiven Ansatz zur Kompetenzentwicklung, ein Engagement für Diversität und Inklusion sowie die Bereitschaft, traditionelle Arbeitsstrukturen anzupassen. Wenn wir nach vorne blicken, kann die Nutzung der Chancen, die die Zukunft der Arbeit bietet, zu erfüllen deren innovativeren und nachhaltigeren Arbeitsplätzen führen. Untertitelung des ZDF, 2020